Guten Morgen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens Sunday News. Es ist die zweite Ausgabe, es ist der zweite Sonntag, es ist verdammt früh. Während ihr euch aus dem Bett quält, wahrscheinlich schlaft ihr noch, oder? Ihr schlaft noch, gebt es zu. Während ihr euch aus dem Bett, ne ihr im Bett liegt und ich mich aus dem Bett gequält habe, um euch die Nachrichten der vergangenen Woche zu präsentieren, ist Redaktionsschluss gewesen, ja ganz einfach. Ich bin so früh unterwegs, weil ich ja eben immer noch denke, oh, wenn dann noch irgendetwas passiert, dann will ich das am Sonntag reinpacken, als wäre das eine ganz wichtige Sache. Ich meine, ich bringe ja sowieso hier Musikneuigkeiten der vergangenen Woche und auch nicht alles, sondern wirklich nur das, was ich jetzt so persönlich bemerkenswert fand, um es eben in so eine Sendung aufzunehmen. Das muss man ja mal sagen, wenn ich was vergessen habe, was Entscheidendes vergessen habe, dann schreibt mir das in die Kommentare, da freut sich vielleicht ein Dritter und ein Vierter und ein Fünfter. Und jetzt muss ich noch, bevor ich überhaupt anfange, bevor wir die Woche durchgehen, so in der musikalischen Welt, die für Work of Sirens interessant sein könnte, ist ja natürlich diese große Flutkatastrophe und ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich Zuschauer aus dieser Region habe und wenn, dann würden sie vielleicht diesen Sender jetzt gar nicht sehen können. Und trotzdem, wenn einer in der Nähe ist oder Leute kennt oder Verwandtschaft hat, die in dieser Gegend wohnt, ich hoffe, ihr seid alle wohl auf und das war schon eine wirklich apokalyptische Szenerie. Wie gesagt, falls da jemand herkommt oder Leute kennt, die von dort her kommen, ich wünsche euch alles Gute. Mehr kann man ja in dieser Situation nicht machen. Und dann bleiben wir gleich bei den eher schlechten Nachrichten. Am 17. Juli ist nämlich John Steinhardt, der Mitbegründer und Originalgeiger von Kansas, der amerikanischen Rock-Legende und ja auch Brock-Rock-Legende. Da kommen viele Sachen zusammen, Hardrock, Rock, ein bisschen so Safern-Sachen. Und John Steinhardt war eben der Mitbegründer und der Original-Violinist sozusagen. Er hat eine klassische Ausbildung. Sein Vater war Musiktheoriter beziehungsweise an der Universität in Kansas, ja, ein Musikprofessor sozusagen. Und er hat die Geige von klein auf, von der Pike auf sozusagen klassisch gelernt. Ist dann interessanterweise bei einer Rockband eingestiegen und hat dann mal in einem Interview gesagt, dass er sich sozusagen, seitdem er in der Rockband spielt, seitdem er bei Kansas spielt, sich ganz, ganz schlechte Angewohnheiten oder beziehungsweise sich schlechte Sitten angewöhnt hat. Zum Beispiel hat er eben die Geige an den Kopf gehalten, an den Hals gehalten, damit er die PA und das, was er spielt, besser hört. Sowieso ganz interessant. Und John Steinhardt war immer derjenige, wenn man sich jetzt die frühen Alben von Kansas anschaut, einen mächtigen Bart, eine mächtige Mähne. Kansas sehen ja auf den ersten Alben sowieso aus wie Farmer. Also nicht wie Redneck-Farmer, aber die laufen da über dem Acker und so weiter mit ihren Hosenträgern, mit ihren Latzhosen, mit ihren Bärten. Und ja, das ist aber, die Musik ist schon ein bisschen Amerikaner. Also es ist hier, Kansas war eine typische Rockrock-Band, die so nur in Amerika sein konnte, im Gegensatz zu den Rockrock-Bands, die jetzt typischerweise aus England kommen, die so diesen symphonischen Rockrock gemacht haben. Kansas hat schon diese Rockabilität, auch irgendwie des amerikanischen Bodens irgendwie so. Das ist immer ganz schwer zu sagen. Man hört manchen Bands einfach an, wo sie herkommen. Und ich liebe Kansas, auch das neue Album, letztes Jahr, The Absence of Presence. Auch da war Steinhardt gar nicht mehr dabei und involviert. Aber man hat sich ja nicht im Krieg getrennt. Und es war das erste Mal, dass eigentlich ein Originalmitglied von Kansas jetzt, die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt, Anfang der 70er Jahre, ein Originalmitglied sozusagen verstorben ist. Und dummerweise, das heißt dummerweise, es ist immer dumm, es ist so nicht gemeint, aber er hatte gerade, hat sein Solo-Album fertiggestellt. Er hat noch ein paar Projekte vorher gehabt, nachdem er bei Kansas ausgestiegen ist. Aber sein eigentliches, wirkliches Solo-Album sollte jetzt erscheinen. Und das ist auch eingespielt und er wollte danach wieder auf Tour gehen. Und natürlich haben sich die alten Kansas-Fans darauf gefreut. Und ja, jetzt ist er eben dann am 17. Juli verstorben. Es gab Komplikationen mit seiner Bauchspeicheldrüse, also eine entzündliche Bauchspeicheldrüse. Und das war eigentlich doch eine relativ überraschende Neuigkeit. Und ja, Rest in Peace, einer der Großen, wieder einmal einer der Großen von uns gegangen. Und dann, wie sollte es anders sein, müssen wir wieder über Iron Maiden sprechen, nachdem wir das letzte Woche schon getan haben, als Iron Maiden The Writing on the Wall mit diesem wunderbar animierten Video rausgehauen hat nach sechs Jahren und die Fangemeinde sozusagen steil ging. War kurz danach, nachdem das verkündet wurde, die Katze aus dem Sack. Und es wird ein neues Album kommen und es kommt auch sehr, sehr kurz. Am 3. September erscheint Sun Yutsu. Da ist Eddie auch drauf mit diesem geilen Artwork als Samurai, seht ihr ja. Und Sun Yutsu heißt so viel wie Taktik und Strategie. Ist aber kein Konzeptalbum. Also das Sun Yutsu, ich meine, Eddie hat man ja auch noch nie als Samurai gesehen. Und ja, und Steve Harris und Bruce Dickinson haben sich natürlich auch dazu geäußert. Und was in dem The Writing on the Wall schon anklang, dass Iron Maiden ein bisschen was anderes versuchen. Es ist natürlich definitiv Iron Maiden, wie wir im Lied hören können. Aber wir hören auch Einflüsse. In The Writing on the Wall waren es eben Western-Einflüsse und Bluesy-Einflüsse. Und tatsächlich hat Steve Harris das bestätigt, indem er gesagt hat, dass die Songs ziemlich knifflig und ziemlich kompliziert waren. Und wenn jemand wie Steve Harris, und das sind ja alles gestandene Musiker, davon erzählt, dass es ziemlich kompliziert war, dieses Material einzuspielen, dann kann man so gespannt sein, was es damit irgendwie auf sich hat. Und auch Bruce Dickinson hat nachgelegt und gesagt, dass es einige Überraschungen für Iron Maiden-Fans geben wird. Die Songs sind natürlich wieder lang, das ist ja nichts Neues. Beim Book of Souls waren sie auch lange lang. Und ich weiß nicht, ob das immer was Gutes verheißt. Also lang ist manchmal gut, aber zu lang ist dann auch irgendwie. Das Album wird 82 Minuten gehen. Das heißt, es wird wieder eine Doppel-CD sein. Das ist im Endeffekt ein Doppelalbum. Es wird in mehreren Editionen erscheinen. Es wird als Book erscheinen. Es wird als Slipcase erscheinen. Verschiedene Editionen in Tripleplatten mit verschiedenen Einfärbungen. Also da auch wieder sämtliche Editionen irgendwie am Start. Ich bin kein Freund von langen Alben. Also mir waren 40, 50 Minuten, zack. Und dann kann man ja, da muss man ja nicht sechs Jahre warten aufs nächste Album, sondern kann man ja alle zwei Jahre vielleicht was rausbringen. Bei 82 Minuten, anderthalb Stunden. Natürlich freut man sich als Fan erst mal. Aber wenn man sich das mal durchdenkt, das ist in der Vergangenheit schon oft auf Kritik gestoßen. Ich will das nicht hier im Vorfeld nörgeln, denn ich freue mich sehr auf das neue Iron Maiden-Album. Mir gefällt das Artwork. Mir gefällt auch der neue Song. Und mir gefällt auch, dass Iron Maiden hier verschiedene Dinge ausprobieren wollen, wo man sehr überrascht sein will. Man kann ins Positive überrascht sein oder ins Negative. Beim neuen Song hat dieses leichte Western-Flair dann doch dafür gesorgt, dass es zwar was Neues war, aber es hat durchaus zum Iron Maiden-Stil gepasst. Und naja, dass es wieder so lang wird. Hier haben wir die Tracklist. Es sind zehn Lieder drauf. Hier haben Zen Yuzu mit acht Minuten. Dann Stratego mit fünf Minuten. Fast schon kurz, ein kurzer Song. The Writing on the Wall selber ging schon sechs Minuten. Dann haben wir Lost in a Lost World mit neun Minuten 31. Days of Future Past. Oh, das ist der kürzeste Song. Der geht vier Minuten. Dann The Time Machine mit sieben Minuten. Darkest Hour mit sieben Minuten. Das ist eigentlich alles noch ganz in Ordnung. Aber dann kommt Death of the Kells mit zehn Minuten. Das hört sich schon wieder nach Iron Maiden an, die ja immer diese geschichtsträchtigen Themen haben. und Death of the Kells. Das ist wieder Bruce Dickinson in seinem lyrischen Element, vermute ich mal. Dann The Parchment mit zwölf Minuten. Und dann nochmal einer mit Hell on Earth mit elf Minuten. Also das heißt, die ganz langen Klopper, die kommen auf acht, neun und zehn mit zehn Minuten, zwölf Minuten und nochmal elf Minuten. Ja, ich meine, man kann das jetzt nicht sagen. Also die Tracklist hört sich wirklich typisch für Iron Maiden an. Und das sind so diese historischen Begebenheiten, die ja immer auch irgendwie geil zu lesen oder nachzuvollziehen sind. Ich weiß es nicht. Beim Book of Souls. Book of Souls war ein sehr gutes Album, finde ich. Aber es hat sehr viel Kritik eben auch für seine teilweise unnötige Länge eingefahren. Und dann nach sechs Jahren wieder so ein Brocken. Ob sie sich damit einen Gefallen tun, weiß ich nicht. Auf jeden Fall freuen wir uns alle. Ja, das hoffe ich doch. Ich bin zumindest sehr gespannt. Und wir werden natürlich auf diesen Kanal dieses Album freudigst in unsere Arme schließen, hören und dann auch besprechen. Und eine weitere Veröffentlichung, auf die die Fans natürlich schon sehnlichst gespannt sind oder sehnlichst warten, ist natürlich K.K. Priests' Sermon of a Sinner. Und das Lied Hellfire Thunderbolt kann man ja schon auf YouTube anhören und sich davon überzeugen, dass wir jetzt im Endeffekt zwei Priests haben. Wir haben einmal Judas Priest und einmal K.K. Downings Priest. Er hat sich da eine feine Mannschaft zusammengetrommelt. Da ist ja auch der Ripper, Tim Ripper Owens dabei, der ja unrühmlich, bei manchen Fans unrühmlich bei Judas Priest war, obwohl es gar keine so schlechten Alben waren. Die waren halt anders. Und Ripper hört sich richtig gut an auf den Song. Und Downing spielt halt, was er spielt. Er fängt richtig mit diesen Gitarren-Wow-Sounds irgendwie an bei diesem Song. Und das ist straight forward, guter Heavy Metal mit einem richtig geilen Gitarren-Solo in der Mitte. Und man kann sich jetzt wirklich entscheiden. Also für den ersten Hördurchgang sozusagen von dem Song. Es gibt ja noch ein paar mehrere illegale Songs oder geleakte Songs irgendwie da drauf. Aber Hellfire Thunderbolt ist eben der erste offizielle Track, die erste Single sozusagen daraus. Davon kann man sich überzeugen, dass man jetzt wahrscheinlich wirklich das Problem hat. Oder was heißt, es ist ein Problem? Ist es schlecht, zwei Priests zu haben? Und natürlich gibt es da gerade Rechtsstreitigkeiten zwischen K.K. Downing und dem Priest-Hauptlager Judas Priest, weil ihnen das eben nicht passt, dass K.K. Downing seine Band jetzt eben auch K.K.'s Priest nennt, so als wäre. Und im Endeffekt ist es so. K.K. Priest hat im Endeffekt Priest damit zweimal gegründet. Er war ein Mitbegründer von Judas Priest. Und jetzt hat er K.K.'s Priest. Das muss man auch irgendwann schaffen. Das ist eigentlich ein sehr, sehr kluger Schachzug, nachdem es nicht so gut war, wie er da aus Judas Priest ausgeschieden ist und auch irgendwie erst mal die Band nichts mehr mit dem K.K. zu tun hat. Ich möchte da jetzt nicht in die Einzelheiten reingehen. Die kann man ja auch irgendwie im Netz oder in den einschlägigen Musikzeitschriften nachlesen. Aber ich finde es zumindest gut. K.K. macht einen guten Eindruck. Tim Ripper Owens macht einen guten Eindruck. Die Band macht einen guten Eindruck. Und es ist ja fast schon ein kleines Star-Ensemble, wenn man denkt. Jetzt muss man mal gucken. Hier, da haben wir den Gitarristen A.J. Mills von Hostil. Und dann Bassist Tony Newton von Voodoo Six und den Schlagzeuger Scene Elk. Das sind jetzt schlussendlich diejenigen, die das Album, glaube ich, einspielen. Das hat sich im Prinzip immer mal wieder ein bisschen geändert. K.K. Downing war ja die ganze Zeit schon live mit seiner Truppe unterwegs. Hat auch alte Priest-Klassiker gezockt. Und sehr zunger Freude der Fans hat sich das wohl sehr gut angehört. Und das Album wurde jetzt auf den 1. Oktober verschieben. Es sollte ja erst verschoben. Es sollte ja am 20. August schon rauskommen. Aber da gab es wohl jetzt wieder irgendwelche Probleme. Am 1. August. Also K.K. Downings Sermon of a Sinner. Und für alle Art-Rock- oder Brock-Rock-Fans gibt es nochmal Neuigkeiten. Und diesmal aus dem Yes-Lager. Das hat sich ja auch schon länger angekündigt. Und wann erscheint das Album? Am 3. Oktober erscheint das neue Album von Yes eben. Das wird heißen The Quest. Und auch Yes haben sich die letzten sechs Jahre nicht mehr zusammengefunden. Und das ist ja klar. Ich konnte mir Yes nie vorstellen ohne Chris Squire. Der Bassist, der einer der herausragendsten Bassisten der Musikgeschichte überhaupt ist. Oder der Rockgeschichte mindestens mal. Mit seinem Rickenbacher-Sound. Und eine richtige Legende. Und er hat Yes zusammengehalten. Er hat die verschiedenen musikalischen Komponenten der einzelnen Mitglieder sozusagen so zusammengefügt, um daraus ein richtiges Ganzes zu machen, das man dann als Yes kennt und als Yes auch bewundern und genießen konnte. Chris Squire ist leider 2015 verstorben. Und viele Fans, auch da spaltet sich das Fan-Lager ein bisschen. Viele sagen, Yes hätte dieses Album niemals machen dürfen jetzt ohne Chris Squire. Es ist ja sowieso niemand mehr dabei. Also wenige dabei. Es ist kein John Anderson mehr. Kein Rick Wakeman. Eben kein Chris Squire. Das wird ein bisschen schwierig. Aber es ist trotzdem schön. Also es gibt hier auch einen Track auf YouTube zu hören. The Ice Bridge. Und ja, man merkt auch an den Kommentaren, dass es hier gemischte Gefühle gibt. Aber ich glaube nicht, dass man sich den Gefallen tut, egal welcher Band man jetzt anhängt, dass man die alten Sachen aus den 70er mit den heutigen Sachen vergleichen muss. Es wird ja immer wieder verglichen und gesagt, das hört sich nicht mehr an wie Yes, das ist nicht mehr Yes. Die kommen nicht mehr an ihre alten Klassiker ran, an Close to the Edge und Fragile und wie sie alle heißen. Und es ist ja klar, denn in den 70er Jahren war Yes eine ganz andere Band als heutzutage. Das gilt übrigens für alle anderen Bands. Während man bei anderen Bands dann vielleicht ein Auge zudrückt und sagt, ach doch, das ist sehr gute Musik. Die Musik als für sich betrachtet, trotz dieser ganzen zahllosen Besetzungswechsel, ist die Yes-Anhängerschaft da fast immer ein bisschen überkritisch. Allein schon was den Sänger betrifft. Die wollen ihren John Anderson wieder zurückhaben. Ich denke einfach, dass man die Vergleiche lassen soll. Die 70er Jahre sind das Musikjahrzehnt ein außergewöhnlich magisches Jahrzehnt für jede Band gewesen. Und man macht sich und die Band, die es redlich versucht, so wie Yes und andere auch, man macht sich nur unglücklich, wenn man immer irgendwelche Vergleiche zieht mit irgendwelchen Meisterwerken, die irgendwie in den 70er Jahren mal abgezogen worden sind. Und ich habe mir den Song The Ice Bridge angehört mehrere Male und ich finde ihn gut. Natürlich ist er nicht mit diesen Yes, ist mir auch klar, dass es nicht mit Close to the Edge zu vergleichen ist, aber das will Yes ja auch gar nicht. Aber es hört sich eindeutig an wie Yes. Und so, da war jetzt mal kurz die Batterie leer. Also Steve Howe, der Gitarrist, der ist natürlich noch ein Originalmitglied von Anfang an. Und er war auch schon ein paar Mal draußen. Also wer bei Yes, wann, wo kam, rausging, wieder zurückkam, dann die neue Besetzung, das hat natürlich dem ganzen Klima um die Band herum keinen Gefallen getan. Aber Steve Howe ist einer, eben ähnlich wie Chris Squire, an seinem Instrument gilt Steve Howe als Gitarrist. Er ist ebenfalls einer der einflussreichsten Gitarristen der Rockgeschichte. Und der muss halt jetzt gucken, dass er den Lagen zusammenhält. Und ich glaube, dass man der Band eine Chance geben sollte. Hier hast du dieses dreamy Feeling, dieses hineingezogen werden in einen sehr, sehr komplexen Sound, obwohl das erste Lied noch nicht, also der Eisberg noch nicht so komplex ist, wie man es von Yes erwartet. Und man muss natürlich abwarten, wo dieser Song im Arrangement des Albums dann rangiert, bevor man sich wirklich endgültig eine Meinung bilden kann. Ich war am Anfang, ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, ich habe nichts erwartet, weder von Yes oder auch von Chers Rotal, die nächstes Jahr ihr Album rausbringen. Aber ich war dann doch ein bisschen überrascht, dass es sich doch ganz gut anhört für jemanden, der auf die Musik von Yes eben steht. Und auf noch eine Veröffentlichung möchte ich hinweisen. Das Night Flight Orchestra legt jetzt am 3. September ihr sechstes Album vor mit dem Titel Aromantic 2 oder Aromantic 2 in dem Fall. Das ist eine schwedische Band und ja, das ist wirklich eine Band, die sich anhört, als wäre sie aus den 80er Jahren irgendwie in einen Tunnel gefallen und jetzt 2021 oder ja jetzt schon länger, die sind ja jetzt schon ein paar Jahre unterwegs rausgekommen, zumindest in der heutigen Zeit rausgekommen und hätten gesagt, was ist es 2020 oder 2021, wir machen aber unsere Musik weiter. Wenn die Metal Bands zum Beispiel sich immer nach die 80er Jahre Produktionen schielen und versuchen irgendwie den Sound zu replizieren oder zu reproduzieren, dann sind eine Night Flight Orchestra auch in dieser Richtung anzusiedeln, aber sie machen ganz andere Musik. Sie sind so zu sagen irgendwie, ja, sie hören sich an wie in den 80er Jahren, als der AOR, der Album Oriented Rock sozusagen noch auf seinem Höhepunkt war, wie Blue Oesterkalt in den 80er Jahren, wie Survivor, wie Toto, wie diese Bands. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Night Flight Orchestra hat diesen schwedischen Charme, diese schwedische Melancholie und das, was die Schweden eben immer können, sie können Hooky-Melodien schreiben, egal welche Musik sie machen, ob das jetzt ihr Death Metal ist, ob das Pop ist, ob das Jazz ist, ob das Stoner ist, was ist ja eigentlich ein Hoheitsgebiet der Amerikaner im Endeffekt. Nicht mehr, natürlich spielt man auf der ganzen Welt alle Musikrichtungen, das ist schon richtig, aber man erkennt die schwedische Handschrift eigentlich immer und beim Night Flight Orchestra ist es ganz genauso. Und sie haben einen sehr interessanten Text hinzugefügt, den muss ich aber euch vorlesen, weil ich den einfach, ja, ich finde den einfach nett. In, also Originalzitat jetzt hier, in Aeromantic 2 geht es darum, die Welt in der Stratosphäre zu umrunden und niemals landen zu wollen. Eine Fortsetzung der Reise, die wir vor all diesen Jahren begannen. Die schwedische Melancholie und gleichzeitige Liebe zum Leben, das Schaffen einer alternativen Welt für all die rastlosen Seelen da draußen, wir wissen, dass ihr da seid. Wir fühlen mit euch und The Night Flight Orchestra wird euch an einen besseren Ort führen, wo die Nächte aus Chardonnay gemacht sind und jeder Tag brennt. Nehmt einfach unsere Hand und stolziert mit uns in der Twilight Zone herum, wo alles möglich ist. Das hört sich doch mal einladend an, kann man kitschig finden oder nicht. Ich mag sowas und genau, die Nächte aus Chardonnay, die Nights of Chardonnay, heißt auch der Song, der heißt Nights of Chardonnay, irgendwas mit Chardonnay heißt er auf jeden Fall, den könnt ihr euch auch anhören. Wenn ihr auf sowas steht, wenn ihr tolerant genug seid und wenn ihr dieser Musik, dieser, ich will nicht sagen poppigen Musik, Hardrock ist es auch nicht. Es hat eben, es hat, ich nenne es jetzt mal so eine Popsensibilität. Also es ist Rock mit einer Popsensibilität, die der AOR Anfang der 80er Jahre hatte. So möchte ich das jetzt irgendwie mal kurz formulieren. Und genau, dann sind wir jetzt eigentlich für heute durch. Ich könnte natürlich jetzt noch viel, viel mehr aufführen. Aber das waren jetzt mal für mich so die interessantesten Sachen und ein paar will ich mir ja dann auch noch aufheben. Die ziehe ich einfach an den Haaren herbei und bringe sie in den Reviews. Das waren jetzt mal für mich so in dieser Woche die wichtigsten Meldungen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr interessant findet. Schreibt in die Kommentare, wenn ich was vergessen habe. Schreibt in die Kommentare, wie ihr Iron Maiden, den neuen Song findet, wie ihr KK Priests, KK's Priests Song findet, Hellfire Thunderbolt und seid ihr auch gespannt aufs neue Album. Kommuniziert mit mir, schreibt mir in die Kommentare, was ihr schreiben wollt. Und ja, wir sehen uns dann in dieser Episode beziehungsweise in diesem Format nächsten Sonntag, Sonntag zu Sunday News. Wieder hier am frühen Morgen, wieder unausgeschlafen, wieder so halblebig. Und ja, was kommt jetzt hier auf diesem Kanal? Wie geht es jetzt weiter? Kunderbunt und unregelmäßig, wie ich es ja schon angekündigt habe, dass ich es machen werde in dieser vierten Staffel. Und eins kann ich aber sagen, am Mittwoch kommt die Crossroad Coup, die Crossroad, das ist doch mal, die Crossroad Coup, die muss gemolken werden, die Crossroad Coup. Und die kommt am Mittwoch mit dem zweiten Teil, diesmal fünf unterbewertete Bands, nachdem wir ja schon im Teil 1 fünf überbewertete Bands gemacht haben. Die alte Coup ist wieder beieinander, da sehen wir uns spätestens. Bis dahin, keep on rockin', legt euch eine schöne Platte auf, macht es euch heute gemütlich, verlasst am besten das Bett gar nicht, außer, dass ihr euch einen Kaffee macht und manchmal eure Blase entleeren, das solltet ihr nicht im Bett tun. Wir sehen uns. Keep on rockin'. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vielen Dank.